Liebe Dagi, heute habe ich zum ersten Mal ein Video von dir ganz gesehen. Und ich wollte dir sagen, es hat mir sogar ziemlich gut gefallen. Ja, ich weiß, ich habe mich sonst immer ziemlich... Das kann kein Zufall sein. Was soll ich sagen, naja, ich kannte die... Oh! 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 Oder? 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 Oh, 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 oh. Bist du ne Bitch und keine Whore, dann abonniere Abonniere